Musik Wir wollen für die Studierenden hier einfach mehr Studierplätze schaffen. Deshalb hat es sich angeboten, dass wir mal die Regale näher unter die Lupe nehmen und die alten Zeitschriftenbände aussortieren, ins Magazin verfrachten und bei dieser Gelegenheit gleich auch einen Spaß haben können. Und das soll dieses Domino für uns sein. Mein Rolle hier ist, dass ich helfen, um alle die Bücher hier zu bauen zu bauen. Wir haben sie von den Schäften abgenommen und dann haben wir sie abgenommen. Wir brauchen natürlich ein Budget, die Genehmigung seitens der Universität. Dann brauchen wir Helfer, dann brauchen wir ausreichend Bücher. Das war vielleicht das Zeitaufwendigste. Und vor allem bei dieser brütenden Hitze, die wir in den letzten Wochen hier hatten, hier diese Bücher schon zu sammeln und bereitzustellen. Also das war gewaltig. Musik Musik Ich studiere auf Deutsch, Englisch und Italien. Und studiere hier ist sehr divertente. Ich genieße meine Zeit hier, weil es viele Dinge zu tun gibt, Events und Leute von all over the world. Musik Musik Wenn es passiert, wenn es ein accident ist, wir versuchen, zu stoppen die Bücher zu fallen, und dann setzen sie wieder auf einmal. Das ist immer mit Spaß. Das ist wichtig, ich glaube. Wenn wir Angst haben, dann die nächste Runde fallen. Und dann, wie Sie sehen können in der Hintergrund, ist es unmöglich, zu Ende. Das ist wichtig. 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 Absch Das war's. 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 Das war's.